Hi, ich bin Manuel von Exali.de. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Heute geht es um das Thema, was ist eigentlich eine Berufshaftpflichtversicherung? Im Gegensatz zu Angestellten, die über ihren Arbeitgeber versichert sind, seid ihr als Freelancer und Selbstständige selber verantwortlich für euer berufliches Tun und Lassen. Und damit natürlich auch für Fehler, die euch eben einfach passieren können im beruflichen Alltag. Jetzt gibt es verschiedene Berufe. In manchen ist eine Haftpflichtversicherung Pflicht, beispielsweise Ärzte oder Anwälte. In anderen Berufen, ITler, Medienschaffende, freie Dienstleister, Consultants, ist eine Haftpflichtversicherung nicht Pflicht, aber trotzdem sehr, sehr sinnvoll. Man kann sie so ein bisschen verstehen als Äquivalenz zur Privathaftpflichtversicherung. Die braucht man hoffentlich auch nicht, aber ein Fehler kann jedem passieren, gerade im beruflichen Kontext. Und da ist es einfach gut, wenn man abgesichert ist und nicht Haus und Hof verliert, nur weil einem mal ein Fehler unterlaufen ist. Und jetzt schauen wir uns mal an, welche Schadensarten gibt es denn eigentlich? Welche Schäden können euch passieren? Weil, das ist ja ganz wichtig, eine gute Berufshaftpflichtversicherung sollte eben diese Schäden auch abdecken. Da haben wir erstens den Sachschaden. Stellt euch einen ITler vor, der beispielsweise seinen Kaffee mitnimmt in den Serverraum unvorsichtigerweise und den da verschüttet. Der verursacht einen Kurzschluss und hat dadurch eben einen Sachschaden verursacht. Der zweite Punkt, auch relativ klassisch, ist ein Personenschaden. Derselbe Kaffee ist jetzt vielleicht nicht im Serverraum, sondern bei einem Meeting dabei. Und in diesem Meeting wird er verschüttet über den Gesprächspartner. Das führt zu Verbrennungen, die müssen behandelt werden. Ein ganz, ganz klassischer Personenschaden. Und die dritte Schadensart, die es gibt, die ist ein bisschen abstrakter. Das ist der sogenannte Vermögensschaden. Ein Vermögensschaden ist einfach immer ein finanzieller Nachteil, den ein Dritter hat durch euer berufliches Tun und Lassen. Das kann beispielsweise sein, wenn ihr eine Deadline nicht eingehalten habt, ein Projekt nicht richtig fertig gekriegt habt. Einfach, dass jemand beispielsweise eine gewisse Zeit lang keinen Umsatz machen kann, weil ihr irgendwas vergessen habt. Das könnte aber auch sein, und das ist mit Abstand der häufigste Fall, dass es eine Rechtsverletzung ist. Eine Urheberrechtsverletzung, eine Markenrechtsverletzung, eine Wettbewerbsrechtsverletzung. Und das kann euch schon passieren, einfach nur dadurch, dass ihr eine eigene Homepage habt oder eine Facebook-Seite betreibt. Und wenn ihr dort ein urheberrechtlich gestütztes Bild hochladet oder eine fehlerhafte Datenschutzerklärung oder ein fehlerhaftes Impressum einstellt, dann ist das eine Rechtsverletzung. Darauf folgt wahrscheinlich eine Abmahnung. Und das kann richtig, richtig teuer werden. Und Vermögensschäden sind mit Abstand die häufigste Schadensart, die wir hier bei Exali beobachten. Über 90 Prozent der Schadenfälle, die uns gemeldet werden, sind Vermögensschäden. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass eure Berufshaftpflichtversicherung diese Schadensart abdeckt. Und jetzt gehen wir mal davon aus, ihr habt eine gute Berufshaftpflichtversicherung, die eben auch alle drei Schadenarten abdeckt. Und euch wird ein Fehler vorgeworfen. Ihr werdet verantwortlich gemacht für einen Schaden. Was passiert denn dann eigentlich? Am wichtigsten ist, glaube ich, ihr seid auf jeden Fall geschützt. Wenn die Schadenforderung berechtigt ist und ihr schuld seid an dem Fehler, dann springt der Versicherer für euch ein und übernimmt die Kosten. Und ganz wichtig ist auch, wenn der Schaden nicht von euch verursacht wurde, dann wird der Versicherer den in eurem Namen und für euch abwehren. Weil als Dienstleister ist man halt leider manchmal das schwächste Glied in der Kette, gerade bei größeren Projekten, und wird für die Fehler von anderen verantwortlich gemacht. Es gibt einen Fall, der auf keinen Fall abgedeckt ist, und das ist Vorsatz. Wenn ihr vorsätzlichen Schaden verursacht, dann wird das kein Versicherer der Welt übernehmen. Grobe und leichte Fahrlässigkeit hingegen, die sind auf jeden Fall dabei in der guten Berufshaftpflichtversicherung. Ganz einfach, weil Fehler passieren können. Wenn ihr noch Fragen zum Thema Berufshaftpflichtversicherung habt, stellt uns die doch einfach in den Kommentaren. Und wenn ihr mehr wissen wollt, oder wissen wollt, wie ihr euer Business am besten versichert, dürft ihr uns auch gerne anrufen und die Kollegen in der Kundenbetreuung helfen euch weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, klickt einfach Gefällt mir.